ich bin jetzt langsam war mit der steuerung hat nur ein paar stunden dauert ja doch man kann schon eine menge machen auf jeden fall und ich bin gespannt was es hier noch für viecher gibt es gibt ja hier anscheinend verschiedene arten von diesen mist dinge spüren sie es mister krebs spüren sie es finde sollte meine krebs und ergeben ich meine mutter zum kissen such dir eine freundin brauche gar nicht aber auch so ein kissen ich weiß dass du unser cap unterstützt ich wollte mich nur bedanken und du hast mich jetzt gekillt du bist du na die andere seite ist ein bisschen freizügig ach quatsch sowas kann man auch haben selbst wenn man ein freund oder eine freundin hat du bist so eine freude friede freude eierkuchen genau deswegen so eine kack stilze habe nur gesagt mir gefällt das motiv wer stimmt ja auch sieht wirklich schön aus ich bin auch von er so schön kissen überlegen ob ich mir mal ein neues bezug bedrucken lasse einfach mal was neues ich muss mich mal beim kontestrack hören wenn ich einen schlechten tag habe warum nicht ich würde lachen ich meine man flugt schon wenn man sagt flucht man schon ein bisschen oder vielleicht viel je nachdem also ich kenne keinen gamer der nicht flucht ist einfach so oh gott ich habe gedacht er geht ums auto roman ich muss mich erschrocken ich muss mich erschrocken alles klar warte halt durch ich komme willst du hier draußen sterben pass auf da ist ein camp ein camp ja wo der klingt sehr leise wenn er redet ich gehe hin ich gehe hin hm das war äußerst komisch gerade das war sehr sehr komisch und ich weiß nicht ob ich darüber noch reden möchte ich habe mich echt verstört ich fluche jugendfrei das passiert bei mir automatisch ich habe user länger nicht gesehen er hat sachen für mich besorgt ich weiß du bist sein kumpel hab ihn angefunkt aber er antwortet nicht na wenn du ihn siehst sag ihm er soll mal bei cope vorbeischauen das wäre echt nett von dir ich habe es doch gehört hier sind gegner so wartet story habe ich jetzt die aufgabe wieder aktiviert die verirrten das sind diese verrückten wie hiechen die jetzt habe ich irgendwie angst ob du sowas haben willst äh hab eine seite wo man es kaufen kann mhm Gott scheiße würdest du auch sagen entern produkt ich brauche eigentlich eins von zero two ich brauche in allgemein mal nen Bezug und eventuell ein neues innenkissen oje das klingt nicht sehr gemütlich wie du schläfst wenn der Kissen schon halb tot ist wenn der Kissen schon halb tot ist wenn der Kissen schon halb tot ist alle von euch hier ist irgendwas ja der tot Nessa zerstören macht keinen Spaß warum nicht dann kommen noch so viele Schnuckis raus die dich lieb haben wollen und kuscheln ist ja nur mein Ducky die Arme wacht jeden Morgen neben dem Bett auf oh 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 jam ja ja noch ein Nero Lager mal sehen was sich in der MMA so verbirgt hier was macht ihr denn ja ja Ich fühle mich hier gerade nicht wohl. Okay, die werden hier auch gerade angegriffen. Da hat jemand einen Magenpuppen. Was? Ah, still. Danke. Danke, dass du mir hilfst. Das finde ich voll lieb von dir. Ich hatte früher so ein Seitenschläferkissen, aber ohne Bedruck. War mega gemütlich. Oh ja, im Sommer ist es ein bisschen die Hölle, weil es dann zu warm ist. Aber im Winter ist das so schön kuschelig. So doofe Waffen und kein Aim und schlachtest sich nur irgendwie durch den Nahkampf durch. Ich finde das jetzt mit dem Nahkampf ziemlich praktisch. Das rettet mir sehr oft den Hintern. Aber ich brauche zum Einschlafen, werde ich vermutlich die Tore holen. Wenn mich beim Zocken etwas ärgert, dann sage ich sogar auch, Kamala died, noch eins. Ja, das passt zu dir. Den ich noch nicht anmache. Und das sind mal drei Lautsprecher oder zwei? Oder ist es kackegal? Das ist ja oldschool. So, ich mache mich mal zur Arbeit bis später. Bis später, Vapor. Komm gut. Komm gut an. So zwei Stück habe ich. Ich denke mal, da vorne ist noch eins, was ich verstören muss. Der ist ja auf 50. Und die Tante. Sie hat mich gesehen, oder? Ja, hat sie. Was ist denn jetzt? Quick-Time-Events? Noch mehr? Ich dachte, sie lebt noch. Hui. Na, Kopfschmerzen? Bissiert vielleicht? Muss Dienstag schon wieder ins Kino. Oh, du Arme. Du tust mir so leid, dass du so oft ins Kino musst. Oh, okay. Wo war der Generator jetzt? Ich brauch wahrscheinlich wieder Benzin, ne? Da war er, okay, so. Die warfen halt wenig aus, äh, weniger aus als bei Zelda. Wohl wahr. Aber es soll jetzt halt ein bisschen anspruchsvoller machen, ne? Na dann. Schon wieder was kaputt. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Verdammter Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Was ist denn jetzt? Wie, was wird sie zu uns locken? Wie gesagt, ich habe Busas hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Was hat sie denn jetzt angelockt, bitte? Hier am Montag ins Kino? Er geht alle ins Kino. Warum? Oh Gott. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Deacon Ende. Kein Strom. Ach, Scheiße. Was ist denn jetzt hier angegangen? Hä? Er verwirrt. Das brauch ich. Auf dem Lack im Kino. Danke schön. Da die sind jetzt. Nicht alle Boxen zerstört? Ich habe drei zerstört. Anscheinend war dann noch eins. sehr ätzend ja da oben meine güte jedes mal wenn ich denke ich habe es jetzt doch geschafft welches da raus schießen mal gucken ach das mag ich aber dass jetzt alle kommen das mag ich nicht wie viele sind denn jetzt da drei vier scheiße ich hab zu spät ich habe es ich habe es ich habe es ich habe es Alter, was? Wie viele? Okay, ich bin nicht tot. Wow. Wow. Warum sind die jetzt alle wieder aktiviert? Ach, komm. Ja, wie soll ich denn jetzt da... Ganz ehrlich, wie soll ich denn jetzt hier eine Chance haben? Ich spawn an der Stelle, wo die jetzt alle kommen. Was? Was?! Was ist das denn?! Was ist das für ein scheiß Spawnpunkt? Direkt in der Horde! Oh, fickt euch! Jetzt sind wir im Geschäft. Oh, du... Ja, halt die Klappe einfach. In diesem Gebiet gilt das Kriegsrecht. Folgen Sie den Anweisungen von Nero und Fortnum Süden. Ach, jetzt geht's rein, oder was? Ohne Kacke. Alter, vier Sprechanlagen. Ist... Ist klar. Tschüss. Gut, ich bereite mich jetzt vor zu sterben. Ohne Kacke. Also, wir haben die Klappe auf dem Kriegsrecht. Folgen Sie den Anweisungen von Nero und Ordnungshütern. Bleiben Sie in der Reihe. Folgen Sie den Befehlen. Gehen Sie weiter. Okay. Frau Steenwohin, ich werde hier gemobbt. Wer mobbt dich? Backofen anmach. Shadow, aus. Ach, der wird nicht gegessen. Kann man das auch kaputt schießen? Ich will da nicht raus. Ich werde jetzt direkt wieder überrannt werden.